Herzlich Willkommen bei S21-BauTV. Also hier nochmal das Leergerüst bei SK24 für alle, die neu auf dem Kanal sind. Das S steht für Sonderkelig. Nummer 24 ist das. Der steht andersrum, hat eine große Öffnung und das bei der Nordeingang. Der Nordeingang mit Aufzug, Treppe, Rolltreppe und der steht auf der Spannbetonbrücke über dem S-Bahn-Tunnel. Im Hintergrund die Seitenwand. Das ist BA10, der südliche Teil, der noch keine Spannbetonbrücke hat. Von hier wollen wir mal auf BA10 auf die Rampe schauen. So sieht es aber ganz normal aus. Ein bisschen aufgewühlt, vielleicht von der Betonpumpe heute Morgen. Denn eigentlich haben sie gepostet. Die war hier um da drüben BA10, die Seitenwand zu gießen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, mit dem Kübel wurden dann die Seitenwände der Kabelkanäle, die Bahnsteigkanten in BA11 gegossen. Also da hinten kann man kaum durchschauen durch K28, aber da sieht man das Gelbe hier. Da ist jetzt BA10 fertig. Ich bin jetzt aber nicht sicher, ob es komplett fertig ist. Man kann es mal ganz schlecht abschätzen bei der Perspektive, ob jetzt noch was von BA11 dazugehört oder ob noch ein BA10. Im Vordergrundarmierung für K25 und von hier im K28 vorbei geschwenkt sehen wir die Notausgänge Nord. Also da ist jetzt ordentlich Schalung angelegt worden beim Bahnsteig 3. Wie berichtet, für Bahnsteig 4 ist die Einhausung fertig. Treppenhausen Notausgang ist hier zu sehen. Für alle, die neu auf dem Kanal sind, von jedem Bahnsteig geht es dann hier zwischen den Tunneln durch zu einem Notausgang. Das wäre der Notausgang. Dann hier zwei Fahrspuren als Tunnel. Dann Notausgang, Bahnsteig 3 und so weiter. Ich nehme euch noch ein bisschen mit, denn da hinten ist auch immer was los, die schräge Rampe an der Heilbronner Straße. Einmal geht es parallel zur Heilbronner Straße hoch und außerdem muss man ja auch noch runter in den Kehrtunnel. Und für diesen muss zurückgebaut werden. Und wir sehen hier, da wurde, jetzt kann ich aber die Maske mal ein bisschen abnehmen, da wurde ordentlich abgeknabbert. Die Markierungen am Boden nehme ich an, sind einfach nur, das muss frei bleiben. Könnte nicht auch sein, dass da Infrastruktur verlegt wird, glaube ich aber nicht. Und wer es besser weiß, der möchte es doch bitte mal posten. props! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Also das erste Stück der neuen Kante ist betoniert. Das nächste Stück ist hier. Hier in der Schalung und nachdem eine Plane oben drüber liegt, denke ich, das ist auch gegossen worden. Wahrscheinlich heute. Und hier ist dann der Anschluss. Jetzt nochmal die Schalung. Jetzt kommt der Einhausung. Notausgang Bahnsteig 3 und gleich kommen wir zu Bahnsteig 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4.